Who's cool at our zoos, huh? No, no, no Rare creatures for many fine zoos of our country Warum? Warum? Ich kann das einfach nicht verstehen No, no Die einen können nicht laufen, die anderen können nicht sehen Die einen können nicht klar denken, die anderen nix verstehen Es gibt viele Menschen, die widerliches tun Nur um ihr Ego zu beflügeln Leute, auch wenn es sich so anfühlt Das Leben ist kein einziger Cartoon Was ist nun? Warum andere schikanieren? Warum Randgruppen diskriminieren? Warum die eigenen Eltern nicht respektieren? Warum alles immer prüfen müssen bis auf Herz und Nieren? Warum die Träume von Kindern blockieren? Um sie mit den eigenen Träumen zu verwirren Warum sich nicht eingestehen? Jeder kann sich maieren Es hat keinen Sinn, sich über andere zu amüsieren Bist du wirklich für immer so sein? Es ist Zeit, deinen Mindset neu zu formieren Ich kann es einfach nicht mehr ertragen Diese Überheblichkeit mir platzgleich der Kragen Kannst du endlich damit anfangen, dich selber zu fragen? Warum? Warum du anderen die Hoffnung nimmst Wie den Eltern toter Kinder nach zerstörenden Kriegstagen Oh ja, ich hab verdammt nochmal was zu sagen Denn ich lebe auch hier und muss einen Teil dazu beitragen Über mich selbst hinausragen und dabei keine anderen mehr plagen Keinen mehr plagen Keinen Untertitelung des ZDF, 2020